Jetzt machen sie ihre Liebe öffentlich. Am Mittwoch wurden Jenny Elbers, 49, und Marc Terrenzi, 43, heftig turtelnd und knutschend in einem Café in Berlin gesichtet. Nur wenige Tage zuvor machten Gerüchte die Runde, dass die Moderatorin und der Sänger sich bei Dreharbeiten ineinander verliebt haben und sogar ein Paar sind. Nun machten Jenny und Marc ihre Beziehung mit einem Liebesinterview offiziell. Wir kennen uns tatsächlich schon lange. Wir kennen uns seit 2016, plauderte Jenny in einem Interview mit RTL aus. Verliebt habe sich das Paar dann aber erst zu Beginn des Jahres bei gemeinsamen Dreharbeiten in Thailand. Wir konnten das zum Glück jetzt über Wochen geheim halten, was ganz wichtig ist. Offenbarte die prominent getrennt Teilnehmerin. Die 49-Jährige und der Ex von Sarah Connor seien derzeit sehr glücklich. Jenny passt sehr gut zu mir. Sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Sie hatte auch eine schwierige Zeit wie ich, schwärmte Marc. Er habe auch bereits Jennys Sohn Paul, 21, kennengelernt und sie wiederum seine Tochter. Sohn Paul, 21 wenn ihr As D Untertitelung. BR 2018